Und damit willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda im Live-Let's Play. Hallo, Nietzsche. Gerade rechtzeitig. Ich hätte uns höchstens noch einen Tag gegeben. Hauptsächlich wegen Iranas Beschimpfung. Wenn die Kat-harnlose Beleidigung nicht vertragen, ist das ihr Problem, nicht meins. Verstehen Sie, was ich meine? Wir schulden Ihnen was. Wie haben Sie uns überhaupt gefunden? Schwarz-Magie. Ihr Neffes Giot hat alles versucht, damit Sie gerettet werden. Guter Junge. Er hat Potenzial, Nilsch. Nilsch, sorry. Das sagtest du bereits. Der Widerstand muss informiert werden. Wir kehren so schnell wie möglich zur Basis zurück. Was ist mit dem Datenlaufwerk? Wir müssen es Baxel übergeben, damit sie mit der Analyse beginnen kann. Interessant. Anscheinend brauchen wir unseren Retter für mehr als seine Rettung. Könnten Sie dieses Laufwerk nach Tichyx bringen? Wenn wir zusammenarbeiten, verschwenden wir keine Zeit. Mit Sicherheit. Aber was ist da drauf? Was ist auf dem Laufwerk drauf? Ein Code der Kat, den wir bei dem Versuch, in Ihre Einsatzzentrale einzudringen, gestohlen haben. Die Kat haben nie erkannt, wie viel wir aus Ihrem Netzwerk heruntergeladen haben. Okay, ja, klar. Wird gemacht. Ich erledige das so bald wie möglich. Perfekt. Sie finden Baxel in Ihrer Werkstatt. Hoffentlich sehen wir uns wieder, unter besseren Umständen. Wird schon. Wird schon. Äh... Da vorne... ... ist die nächste Quest. Hallo Überrester. Willkommen. Willkommen in meiner Tasche. Äh... Oh Gott. Wieso schließt sich jemand am Ende seines Lebens der Initiative an? Wieso schließt sich jemand am Anfang seines Lebens Fremden wie uns an? Abgesehen davon, wer sagt eigentlich, ich wäre alt? Wer sagt, ich würde bald sterben? Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Das haben Sie. Ich bin mir sicher, das habe ich nicht. Wollen Sie jetzt auch noch behaupten, ich wäre taub? Ryder. Vergessen Sie es. Ich halte mich da raus. Haha. Hey, Sie haben ja recht, Sean. Ich bin alt. Trotzdem steckt noch jede Menge Leben in mir. Ah, schön. Ah. Ich glaube, das ist Cat-Tag. Halten Sie... Boah, ich nehme Waffe auf den Nomad. Das wäre super. Temposchwelle. Äh. Leben. Nomad hat nicht mehr so viel Leben. Versuch doch, mich aufzuhalten. Machen Sie doch. Deswegen greifen Sie uns doch an. Hopp. 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 Noch einer. Hopp. Hopp. Gut, wahrscheinlich gibt es hier wieder irgendjemanden zu scannen, oder? Oder? Oder nicht? Hallo? Gibt ein Behälter hier, wow. Das ist also jetzt für nichts. Okay, ja, darf es auch mal geben, ist in Ordnung. Ist vollkommen in Ordnung. Ach, du brennst, oh, deswegen bist du so orangschild, ne? Jetzt verstehe ich das. Was? Wo raufbringen? Fragezeichen. Das sah interessant aus, deswegen dachte ich, okay. Äh. Oh. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Na, Moment. Nein. Ich schaff das noch. Okay. Na, Moment. Ich hab nichts gesagt. Wird noch... War das ein interessanter Ort? Das ist doch vorne. Wahrscheinlich... Ah, okay. Das ist die Quelle dieser Interferenz? Sieht aus wie ein Meteorit. Die Interferenz wird durch EM-Strahlung verursacht, die er emittiert. Ich orte... Orten kannst du später, Adi! Okay. Vielen Dank, Moor! Das Signal, das der Meteorit abgibt, könnte die Adi anlocken, sowie Anfälle von Raserei auslösen. Wie schalten wir es ab? Vielleicht verrät uns das ein Scan-Pathfinder. Hm... Sie scheint sich hierbei, um die Überreste eines auf World eingeschlagen, äh, Meteoriten zu sein. Es gibt eine setzende Energie ab, die jedwede Kommunikation schürt und Aggressivität nahe, weil Irrtiere zu steigern scheint. Nicht sehr viel... 5,6% Eisen, okay. Dämpfen? Äh... Äh... Okay. Okay. Ah, okay. Der Fortschritt bleibt gespeichert, praktisch. Sie durchqueren die Geißel und nehmen dabei etwas von ihrer Eigenschaft an. Sie sind alle unterschiedlich. Einige sind ausgesprochen schön und ausgesprochen gefährlich. Ich schlage vor, sie bringen ihn zur Analyse auf die Nexus. Er könnte uns mehr über die Geißel verraten. Hm. Einfach schon. Das denke ich auch. Er stört die Kommunikation, treibt Tiere in den Wahnsinn. Das alles können wir nicht ignorieren. Wir müssen ihn untersuchen. Hoffen wir, dass die Kommunikationsprobleme der Wissenschaftler in Heijara damit gelöst sind. Weg ist er. Äh, jetzt gibt es einiges zu looten. Und 5 Fähigkeits... Uh, uh, uh. Oh, gleich in die Spawn. Das Problem ist, äh... Ja, mein, äh... Woher ist da oben? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Müsste theoretisch... Kann ich... Ich komme nicht da hin per Schnellreisepunkt. Das ist mein Problem. Ach da, ein komisches... Hä? Okay, ich muss... Ja gut. Bis gleich. Oh, hi. Wollte gerade da das abwehren und dann wurde mir gesagt, ey, hier sind, äh... Cats. Cat. Katten. Cats. Äh, ähm. Katzen sind hier. Äh, nicht in der Watt-Auto-Auto verstecken. Mein Auto. Ich wollte gerade vorn, er hat auch nur... Äh... Kingsbumsen. Äh... Ernten. Weil sowas muss ich jetzt nicht wirklich in der Aufnahme zeigen. Sonst irgendwas Interessantes hier? Oh, hi. Gut. Das sieht nach Cat-Tag aus. Gibt es hier denn auch... Äh, Eis. Genau, ups. Ups, würde ich auch dazu sagen. Noch wer? Nein? Danke. Gibt es hier? Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Näh. Gibt anscheinend nicht so ein... Irgensi-bumsi, was ich da zerstören kann. Constructor Cat? Wo ist es vor? Wo? Da, da drin. Da drin. Äh. Dieses... Poker-Drift jedes Mal. Ey! Okay, wir müssen uns bald alles. Hs-Mann, die wollen wir zu Tode wechseln. Ups. Ausgezeichneter Schuss! Und... Bäm, 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 bäm. Gute Arbeit. Hm. Ist jetzt so ein Ding? Zum Zerstören? Nein? Oh! Nicht mal sowas zum Scannen. Ups. Behälter. Wow. Äh. Ich wollte da hin und dann würde ich... Leute, was auch mal das da ist? Da hin. Hinter mir ist ein Fragezeichen. Warum ist hinter mir ein Fragezeichen? Was soll das? Warum ist da ein Fragezeichen? Was haben wir da hinten? Was ein Fragezeichen wert ist? Die meisten Dinger, die hier irgendwie sind. Keine Ahnung, ich ignoriere die mittlerweile. Jede einzelne Sache zu bekämpfen. Äh. Hallo? Ich kann gut parken. Äh. Was? Was? Was ist das hier? Ich registriere einen Temperaturabfall. Schön, dass du das registrierst. Was haben wir hier? Interessanter Ort. Ja. Schön. Ich wollte eigentlich oben drauf und nicht da ins Fenster rein. Ich hoffe, man ist genauso gut verwirrt wie ich. Ich gebe es auch nichts zu machen. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Hier ist absolut nichts. Oh, ein Behälter ist hier. Ein Präzisionsgewehr. So, darf ich jetzt da hinten hin? Danke. Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen umgerüstet. Ich habe jetzt noch ein... Jetzt so eine Re... Ja. Revolver, das war auch relativ cool. Und jetzt habe ich immer eine... Das ist auch ein Dreierschuss. Okay, das ist in Ordnung. Das heißt, da keine Umgewöhnung. Sehr schön. Dann, äh, jetzt mal auf... Äh, ich will die Orte jetzt eigentlich... Ich habe genug... Falls ich irgendwann sage, ich brauche Material und so alles... Dann kann ich ja jederzeit das machen. Das kann ich dann aufs Screen auch sogar machen. Das muss ich im Stream nicht machen oder so. Das ist dann, äh... So, dann, let's play. Das ist Johnny Eke. Die Cat glauben, sie finden dort irgendein Relikt-Ding. Unsere Leute können den Schild nicht durchbrechen. Er wird von der Hauptkommando-Basis ausgesteuert. Irgendwann wird sogar beschossen. Alles klar. Böhle ist da sogar, okay. Ja, dann hauen wir mal hier ab. Irgendwas, die mit Pipis Geheimprojekt ist. Soll hier auch sein. Irgendwo... Dort vorne. Das sind die Ruinen, die wir suchen. Suchen wir Tech für Pipi. Okay. Ja, ich hoffe, es ist gut. Gefällt mir. Ach, da. Ah, okay. Wie fehlt eins? So, okay. Das heißt... Wir sollten nach dem fehlenden Glyphen suchen. Ops. Das sollte es gewesen sein. So ein A ist das, okay. Sonst wäre das Rätsel... Sfair-Tür würde ich immer noch... Oh Gott. Das macht doch eh. Sfair-Tür wäre sonst immer noch möglich, aber müsst ihr euch ein bisschen mehr raten. So. Dann kommt hier das rein. Das ist alles anders nicht möglich. Dann kommt da das A rein. Musst hier das A hin. Hier muss das Zeichen hin. Dann da das A. Dann logisch weit. Na, zack. So. Dann hier das. Da kann es nicht hin und da kann es nicht hin. Das heißt, einfach nur... Das da hin. Und das da hin. Ihr Interfacing war Erfolg. Erfolg. REL-TEC? Pibis Bezeichnung. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Ich werde ihr dieses Teil bringen und dann hoffentlich herausfinden, was es mit ihrem Geheimprojekt auf sich hat. Hm, Geheimprojekt. Äh... Ja gut, dann fahren wir noch da hin und dann... Machen wir... Gucken wir mal, was da noch ist. Äh, da bist du. Döö. Ja, ist die richtige Richtung. Ich muss mich an dem Punkt orientieren. Nehme ich euch noch mit. Auf diese Reise. Das ist wirklich beeindruckend hier drauf. Auf dem anderen Planeten, auf dem... Äh... Auf der Feuerbahn. War nicht so ganz so. Ich glaube also nicht, dass sie auf uns schießen werden. Weitläufig. Dort vorne ist ein DAR. Eine Art Wachposten. Hey, könnten Sie mir mal helfen? In Ihrer Nähe ist ein getarter Pirscher. Ich habe ihn verloren. Könnten Sie einen Scan machen und mir sagen, wo er sich versteckt? Äh... Okay. Schreckung aus dem VfZ-R-Richtung. Ich habe ihn. Hab ihn. Hier drüben. Beeindruckender Schuss. Eifer. Danke für die Hilfe. Kann man den geheimnisvollen Scharfschützen kennenlernen? Warum nicht? Finden Sie mich? Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Nach da hinten. Guten Tag. Abrausszonen wurden Ihrem Lasssystem hinzugefügt. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Hallo. Hallo. Das war ein guter Schuss. Danke. Mein Vater hat mir das Schießen beigebracht, sobald ich alt genug war, um eine Waffe zu haben. Das Leben hier draußen muss hart sein. Er war Ihnen ein guter Lehrmeister. Er war immer vorbereitet. Hat dafür gesorgt, dass ich Schießen, Jagen und ein Lager aufschlagen konnte. Hm. Denken Sie je darüber nach, sich dem Widerstand anzuschließen? Die könnten von Glück reden, jemanden wie Sie zu haben. Ich würde schon gerne, aber meine Familie würde es nie zulassen. Nicht nachdem mein Bruder... Ihr Bruder war auch Schlafschütze. Ne Rav. Woher... Joel? Bei den Sternen. Sie waren sein Freund. Er war ein guter Mann. Er hat tapfer für sein Volk gekämpft. Ich würde gerne seinem Beispiel folgen. Aber meine Familie... Das ist Ihre Sache. Wollen Sie das wirklich? Ja. Ich will helfen. Dann sagen Sie das Ihrer Familie. Ich kenne Ihren Vater. Er wird zuhören. Sie haben recht. Es wird Zeit, dass ich mit meiner Familie rede. Er macht das. Dann mache dies doch, dann... Hallo, ich bin da. Sind Sie hier, um die Yevara zu beobachten? Was sind die Yevara? Wenn Sie über den gefrorenen See laufen, können Sie sie unter dem Eis sehen. Sie leben seit Jahrtausenden auf Wold. Die Geschichten über die Yevara sind die einzigen angaranischen Volksmädchen, die die Geißel überdauert haben. Sie sind wunderschöne, intelligente Geschöpfe. Die engste Verbindung zu unserer Vergangenheit. Und jetzt werden Ihre Leute Sie jagen, bis auch der letzte von Ihnen tot ist. Hm. Die Initiative? Mir war nicht bewusst, dass die Initiative auf Wold überhaupt jagt. Nicht die Initiative. Gesetzlose. Sie haben in den Monaten seit ihrer Landung schon zwei Dutzend getötet. Wir haben nicht die Ressourcen, um diese Wildere aufzuspüren. Und der Widerstand hat auch so schon genug zu tun. Wenn das so weitergeht, wird unsere einzige Verbindung zu unserer Geschichte für alle Zeiten verschwinden. Ryder, die Yevara sind für die angaranische Kultur von entscheidender Bedeutung. Wir müssen diese Jäger aufhalten. Natürlich. Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um Ihnen zu helfen. Wir sollten uns beeilen. Und definitiv. Sie sagten, es gäbe bei Ihnen Volksmärchen über die Yevara. Ja, aus irgendeinem Grund sind die Geschichten über die Yevara die einzigen, die die Geißel überdauert haben. Die meisten von Ihnen drehen sich um dasselbe Thema. Ein Lied der Yevara, das so schön ist, dass es die Sonne hervorlocken kann und die Sterne enthüllt. Das sind natürlich nur Legenden. Aber wenn man seine gesamte Geschichte verloren hat, sind Legenden nun mal kostbar. Ich verstehe, warum Ihnen die Yevara so wichtig sind. Nicht nur uns, sondern allen, Angara. Sie sind ein Symbol für das, was uns die Geißel genommen hat. Wir dürfen sie nicht verlieren. Erzählen Sie mir mehr über die Yevara. Sie sind beeindruckende Geschöpfe, die sich durch komplexe Lieder verständigen. Vor langer Zeit konnten wir diese Lieder selbst hören. Aber die Geißel hat die Yevara unter dem Eis eingeschlossen. Deshalb müssen wir uns jetzt mit verrauschten Aufnahmen begnügen. Wie können Sie unter dem Eis überleben? Das weiß niemand. Wir widmen unser Leben dem Studium dieser Geschöpfe, konnten aber bisher noch keine Erklärung finden. Sie sind von Nahrung und Sauerstoff abgeschnitten und schaffen es dennoch zu überleben. Meine Kollegin hier vertritt die Theorie, dass sie möglicherweise Relikte sind. Aber wir haben natürlich keine Möglichkeit, diese Theorie zu bestätigen. Hm. Ich überlasse sie dann mal wieder ihre Arbeit. Ich habe sie. Naja, irgendwie wenn sie wirklich keine... ...Nahm und so alles brauchen. Gott. Holy shit. Ist das so ein Ding? Sieht nicht cool aus. Ich denke mal wirklich, das muss ja dann ein Relikt sein. Gott, ist das so lang. Wie? Wie? Das ist Tachyx. Zumindest laut meiner Karte. Wir sollten so schnell wie möglich mit Waxel über ihren Bruder sprechen. Ja, aber das waren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst noch ein Like da. Und wir hören uns hier wieder. Bis dahin. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020